Wir sind weltweit der einzige Elektro-Werkzeug-Hersteller, der auch selber seine Sauger herstellt. Und von dem her können wir auch den Sauger, das Absaugmobil, perfekt auf die Elektro-Werkzeuge abstimmen. Wir denken im System. Der Kunde kann nur zufrieden sein, wenn neben hoher Arbeitspräzision und sehr, sehr gutem Ergebnis einfach auch sauber gearbeitet wird. Der Handwerker selber atmet diese gesundheitsgefährdenden Stäube ein. Da muss man einfach schauen, dass man die Stäube sofort bindet. Staub in der Luft schädigt langfristig auch die ganzen Lagerungen, Motorwicklungen. Und so hält einfach auch die Maschine, die aktiv abgesaugt ist, länger wie eine Maschine, die ständig im Dreck arbeitet. Wird im Schleifprozess nicht abgesaugt, bleibt der ganze Staub an der Oberfläche liegen. Mit Absaugung wird der Staub sofort entfernt, kann sich also nicht in das Schleifmittel setzen. Und so wird die Schleifqualität aufrechterhalten. Der Verwender braucht deutlich weniger Schleifmittel und spart so am Ende des Tages auch Zeit und Geld. Wir wollen auf jeden Fall, dass der Kunde die Produkte so schnell und so einfach wie möglich versteht und auch bei der Benutzung sich keine Gedanken machen muss. Ich muss wissen, wofür der Knopf da ist, ohne ihn je betätigt zu haben. Also das Design ist praktisch dann auch dafür da, wirklich diese intuitive Bedienung darüber zu bringen. Die Sauger differenzieren sich sehr stark. Wir haben einmal die Größen, die unterschiedlichen. Dann haben wir aber auch die Staubklassen. Wir haben L, M, H und haben die verschiedenen Ausstattungsvarianten. Und so gibt es eine sehr große Vielfalt. Unsere Designsprache zeichnet sich dadurch aus, dass sie kompromisslos funktional ist, dass sie klar ist, sehr simpel, schnell erfassbar ist und eine Seriosität, eine Langlebigkeit ausstrahlt, die der Robustheit und Qualität unserer Maschinen gerecht wird. Ein Elektrowerkzeug, das eingeschaltet wird, schält automatisch auch den Sauger mit an. Wenn Sie ein Festool Elektrowerkzeug haben, passt definitiv auch der Festool Absaugschlauch drauf. Auf unsere Sauger kann der Sustainer direkt gestellt und entsprechend verriegelt werden. Der Schlauch ist am Gerät, steht nicht über und so ist der ideale Transport gewährleistet. Alle Maschinen, die wir bauen, werden von Prüfstellen abgenommen. Wir wollen ja Qualität messbar machen und dafür brauchen wir Messmethoden. Das heißt, alle technischen Daten, alles was unsere Maschine auszeichnet, muss vorher auf Herz und Nieren geprüft werden. Wir verschicken Sauger, bevor sie eingeführt werden, rund um die Welt in der bereits fertigen Kartonage, um einfach zu schauen, wie kommt ein Produkt zurück, das einmal um die Welt geschickt wurde, um eventuell sogar die Verpackung noch besser zu machen. Wir bieten grundsätzlich zu jedem Sauger eine drei Jahre All-Inclusive-Garantie. Wir haben eine große Menge an Testkunden, die intensiv mit uns arbeiten, die Produkte besser zu machen. Aus dem Bereich kriegt man sehr, sehr großen und wichtigen Input und Informationen, was wir noch besser machen können. Jeder ist stolz, bei Festool zu arbeiten und jeder weiß, dass es kompromisslos auf Qualität ankommt und jeder weiß, dass unsere Maschinen die besten sein müssen, die man bekommen kann. Und dieses Bewusstsein ist sehr stark verankert, hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem schwäbischen Tüftlertum zu tun. Wir sind die, die eben begeistern, wo der Handwerker auch leuchtende Augen kriegt, weil wir halt vieles gut machen. Da arbeiten wir täglich dran und das ist sehr, sehr hart.